hallo mein lieben zuschauer und willkommen zurück zu einem neuen video heute sind wir mal in gta wie ihr seht ja ich würde vorschlagen dass wir das morgen vielleicht oder übermorgen ein video kommt gta hier ist jetzt aber nur gerade so eine ankündigung sag ich mal ja wir können zusammen online spielen vielleicht den live streamen vielleicht wenn wir auch einfach story machen also ein bisschen paar vorräte sammeln mal schauen mal schauen was wir machen wie gesagt ist einfach nur keine ankündigung also ich werde jetzt einfach nur rumfahren und quatschen es kann nämlich lange keine videos mehr das lag jetzt einfach daran dass ich zu viel zeit mit gta verbracht habe und ich muss erst alles einstellen richtig um zu gucken dass das ein wenigermaßen flüssig läuft ja stürmer auf meine abne wird schon nichts passieren hallo es ist mit der jetzt ab auch um das soll ich das wohl nicht nice so schnell geht das jetzt kriegen sie alle zurück so wo sind die wo sind die es ist natürlich bin ich bin level 40 hat gerade 891.000 doch ich komme mal hier aus wäre das wäre sehr nett ich brauche das macht dankeschön nein keine musik dankeschön wegen copyright ihr kriegt mich nicht naja also wie gesagt morgen oder übermorgen wird es ein video hier geben mal schauen was ich mache und tja bis dahin macht's gut und ciao euer wildgamer ja